Wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch dieses Jahr wieder mit dabei sein dürfen bei Zeig Schnauze. Gerade in diesen schweren Zeiten, wo wir weniger Tiere vergeben können, sehr viele mehr abgegeben werden, wir keine Veranstaltungen machen können, fehlen uns sehr viele Einnahmen. Darum ist es sehr wichtig, dass wir mit Futterspenden unterstützt werden, um unsere Schützlinge versorgen zu können.